Einige nannten sie Wunderwaffen, andere hielten sie für einen Fehler. In der Realität ohne Flugzeuge und unvollendet geblieben, werden sie als Legenden wiederbelebt. Rhein, ein leichter Flugzeugträger mit Bombern von Arado und Heinkel zur Luftunterstützung. Weser, umgebaut vom Hippercreuzer Seidlitz. August von Pasoval, ein verbesserter Träger auf der Grundlage der Graf Zeppelin. Die Kombination der Stärken der Kriegsmarine und der Luftwaffe. Deutsche Flugzeugträger. Mit Hochgeschwindigkeitstorpedos und Panzerbrechen entbunden, stürzen sie sich blitzschnell auf die Gegner. Flugabwehrfeuer ist nur eine Ablenkung. Wenn sie ihre Ausweichmanöver durchführen, die selbst die am stärksten gepanzerten Schiffe in Angst und Schrecken versetzen. Die deutschen Flugzeugträger sind da. Sind sie bereit, diese sagenhaften Schiffe zu steuern? Kämpfen Sie jetzt den epischen Siegefechten in World of Warships Legends. Untertitelung des ZDF für funk, 2017